So, ich hoffe das geht jetzt so. Ich sehe mich nicht selber. Warten wir jetzt, dass das Navi funktioniert, ne? Ja. Weil wir machen uns jetzt auf den Weg zum Strand. Weil die Sonne ist jetzt rausgekommen, mehr oder weniger. Ja, ja. Wir müssen noch mal hoffen und warten. Genau, dann wird das Wetter wieder besser. Ja, aber es ist schon ein bisschen wärmer geworden. Dieses Navi kotzt mich an, ey. Genau, das Navi kotzt uns an. Da muss man immer ein Passwort eingeben. Ja, weil Kevin so dämlich ist und hat es eingestellt. Ja. Aber am geilsten ist doch mal die Werbung, die zwischendurch kommt. Das ist doch nur Unfall. Und du darfst das Teil ja nicht mehr bedienen während der Fahrt normalerweise. Ja, man muss aber draufdrücken, damit die Werbung weggeht. Pass auf jetzt. Wir kommen bei TomTom. Fünf. Zwei. Zwei. Acht. Drei. Drei. Jetzt geht's. Okay. Ich bin immer noch erkältet. Wie hieß denn das Teil, wo wir hingefahren sind? Ähm. Warte mal, was steht denn da? Carnigo, Carnigo. Nee, mach mal weiter runter. Edgewater. Edgewater Park, genau. Oder Drive. Gut. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ach, andersrum. 15 Minuten fahren wir hin. 15 Minuten fahren wir hin. Dann gehen wir dann nochmal kurz an den Strand. Kevin macht jetzt die lefige Mucke an. Ja, das war klar. Ist doch schon wieder ausgegangen. Und dann, ähm. Ja, machen wir uns auf den Weg nach Detroit. Da kommt übrigens Eminem her. Diana Ross. Madonna. Madonna. Madonna ist auch noch nicht. Ganz viel. The Supremes. Die Detroit. Und so weiter. Okay, bis später. Scheiß Mucke.